Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Glock Tower 3 Heute mal wieder im Ladebildschirm Aus dem Grund, ich weiß nicht ob der Typ nicht gleich die Tür reingestürmt kommt Und ich möchte ja meine Begrüßung in Ruhe abhalten Nicht so wie bei... ähm... Wo war das? Ja, es war halt schon mal Genau, bei so einer Sonata, wie mich einfach so ein Feind in der Begrüßung angefallen hat Nicht gefallen Gut, dann gehen wir mal raus mit uns zu Gordon Freeman Ausrüstung Ähm, hat keine Chance gegen mich Ich seht jetzt schon, der kommt da raus Oder auch nicht Ich bin da... Nein, nicht zum Lagerdank, ich bin hier Ja, Gordon Freeman hier Nein, Gordon Freeman würde die Kappe mit seinen Stehenleisen einfach wegschlagen Was macht sie? Sie benutzt das Stehenleisen, um es aufzumachen Oge, Oge, Oge. Oge, Oge.. O ang eine...